Ich fühle mich gerne an, wir. Ich bin eine Hochzeitsfeier. Hast du die Räume genommen, Lilly? Mit diesem Räume an dich schlange. Und dich meine Trott. Na klar, mein Schatz, ihr bitte. Halt mir die Finger ein und rufen. Nothin! Lilly! There! They ran through the gate! Help me! Bats! Und da ist die Finger. Und da ist uns nicht mehr so. Dad, was du hier sprachst? Dann ist es noch so. Ich habe das hier gesagt. Aber ich hatte Angst, dass ich dich verletzen würde. 25 Jahre später, habe ich zwei Kinder in einem Baskett auf der Straße gefunden. Ich hatte keine Kinder. Also habe ich beide genommen und mich als meine selbst genommen. Es gab eine Leiter im Baskett und zwei Charme. Die Leiter sagte, dass diese Charme würde dir wiederum schützen. Ich habe dich gegen die Worte, aber ich habe noch nie geglaubt in solche Magik, bis jetzt. Ich habe sie alle in einer Angel Figurine gespürt. Unfortunately, ich bin nicht sicher, wo es jetzt ist. Ich bin. Geh das Token. Es öffnet die Cover in der Figurine Bottom. Ich hoffe, es ist nicht zu lange. Es ist ein Schlüssel. Wir haben aber da nirgends eine Aussparung oder sonst irgendetwas gesehen. Ja, aber. Jetzt müssen wir das mal wieder. Zimmer. Ach, man weiß doch, was so schön war. Was dürfen wir diesmal suchen? Nicht einfach wieder rumklicken. Ich habe noch meine Hilfe. Da haben wir alle Teile. Amor, Vincent, Runia. Hört sich an wie ein Zauberspruch. Ich nehme mich mit. Klatsch. Aber, was. So. Ich bin da. Ich bin da raus wie der. Ich bin da raus wie den, von unten nach oben schützt. Das wird ganz so. Oh,250, oh1. Oh,250, oh. Kann ich nicht mit. Dann. Ich find's dann. Kannst du dich nur nehmen? Nur. Ich probiere mal das Silberne an dem Ding da ranzuklappen. Was ist das Ding? Der Haken da. Das ist Ohrring. Das ist Ohrring. Das ist das Ding. Der Haken. Das ist es. Der Haken. Der Haken. Der Haken. Das Ding bleibt zuerst drin. Es ist nicht wahr, um ihn zu tun. Was? Du bist. Aber ich bin nicht froh, dass ich sie nicht mit der Zeit habe. Der Böse Mann, der Geist er es hat. Er hat mir auch meine Wurseheben Schrauben. Einmal, wie er es mit mir auf die Schrauben ist. um mich in meine Schrauben durch die Schrauben, wenn ich sie nicht umgebe. Die letzte Mal, ich habe fast den Schrauben gelegt. Er hatte so Angst, er hat den Schrauben geschenk. die ihn abzuhren von mir die Schrauben geschenk! Ha, so now he's got the box, but he can't open it. You can take the token if you want. It's inside the dugout. Maybe this little thief will trade you for the idol. Fertig, haltermann. Fertig, haltermann, wo kann der denn jetzt auf einmal her, wa? Mach den Baum kaputt und lass mich durch, denn ich bin ein Holzfäller Klaus. Wo ist denn? Schau mal, ob du jetzt nicht über den Ding kriegen kannst. Da müssen wir schon was machen. Weißt du was, der Tambourin jetzt? Holzschutz. Holzschutz. Parnflöte. Ein Pinsel. Ein Pinsel. Ein Pinsel. Ein Pinsel. Wollen Sie den Pinsel? Karaffe. Holzschuh. Was suchst du? Karaffe. Was ist denn eine Karaffe? Ich kenne eine Giraffe, ja. Wollte ich gerade sagen, Giraffe kenne ich auch, aber eine Karaffe? Karaffe. Karaffe. Da darf er. Wieder. Karaffe. Was ist denn hier eine Karate? Urz? Keine? Oder der Traumfänger? Dass du eine Feder und Deine trommst. Ich bin auf dem Wasser. 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 Es ist verursacht. was es ist oder wie wenn sie auch ein glasgefäß schreiben können wir ja nimm große teile aus einem bild schnitt und setze setze sie in den richtigen aussparungen in den anderen bildschirmstunden ein bis das gemälde vollständig ist ja 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 Das da habe ich rausgefunden. Das da müsste... Zack, zack, zack. Ach so. Das sieht aus wie der Greif. Das ist ja noch mal das... Ich will öckchen mehr. So, du wirst auch... Das sind Steine aber noch. Mein liebter Schüttler, ich weiß, dass du dich wirst wirst. Aber ich hatte keine andere Wahl, als zu dir weggeben. Nein, leider nicht anders. Ich habe die Charme für dich. Bitte, forgive mich. Ich habe es, weil ich liebe dich. Ihr Mom. P.S. Where are the Charms I made for you? Sie repel evil spirits in their dark magic. Hm, ist es eine Moonstone? Ich bin so glücklich, dass du sie gefunden hast. Jetzt können wir alle gehen und gegen diesen schrecklichen Kreaturen stehen. Unfortunately, die schreckliche Magie dieser Charme ist mir und mir exklusiv. Ich habe Angst, dass ich alleine gehen muss. So, wo geht's jetzt als nächstes hin? Dahin kann ich jetzt... Ne, äh... Schau mal, ob du das Mond-Ding benutzen kannst. Neeeeee... Und zur Kirsche! Ach du alle, das ist eine Kirsche! Ach du alle! Ich weiß nicht, dass das eine Kirsche ist! Da möchte ich aber nicht heiraten! ...muss dich aber nicht heiraten! ...däh-däh-däh-däh-däh! Ja, komm, die findest du auch noch. Oder einfach der Magik klaut. Ja, aber einfach klauen. Wird doch nicht auffallen. Nirre dich den Klamm. Phönix Emblem Tannenzapfen Spiegelscherbe. Das ist ja der Phönix Emblem. Eine Schlange soll es sein. Dann war das aber eine sehr tote Schlange. Ich hab immer noch keine Schnecke gefunden. Doch, hier. So Schnecke du. Also... Der... Ich hab mich jetzt aufgesammelt. Ja, jetzt kannst du was gucken. Und dann den Stein. Halbmond. Der Feder ist doch hier. Ich bin eine Spinne. Ich hab sie. Hast du eigentlich schon den Tannenzapfen gefunden? Nein. Nein. Warum nicht? Ich hab ihn schon. Ich wusste nie, die Male, da ist die Male. Die Male habe ich neben mir. Wieso? Ich habe da gar nichts gemacht. Ich war ganz lieb. Sagst du mir, soll den Ternenzapfen suchen, während ich ihn gerade suche? Ach, ich habe ihn ja schon. Brauchst du ja nicht mehr suchen. Was machst du da, Schatz? Ups! Abgang! Schäm dich! Schäm dich! Schäm dich! Da hat erstes Mal der Skelettenabgang gemacht. Das war eigentlich nur testweise, ob es funktioniert, aber okay. Wenn wir uns mitnehmen, dann machen wir uns mit. Hä? Hä? Das Licht, das Mondlicht. Katze, fang mal vor. Ja. Ich kann es hier ja die Aktionieren. Soll ich ein volles was? Kann ich das jetzt runterrollen? Als ob ein leeres nicht reicht, oder wie? Nö. Und eine Schaufel macht schon gleich das ganze Ding voll? Ich hasse euch auch mal gehaltig. Das ist doch was. Nö, ich weiß nicht. Oh nein, ein Lappen. Du bist auch so ein Lappen. Du bist doch Oberlappen. Putze! Das Rätsel ist ja sauschwer. Aschelt. Jetzt haben wir Licht. Was willst du mit den fetten Polzern? Ich brauche noch einen Eingriff. Geile Fackel. Oh ja. Sag mal, dass du immer die Toten stören musst. Störe doch nicht immer die Toten. Ach nee. Ach nee, da kommen die Kristalle rin. Ich lasse das nicht passieren. Die Fackel, die könnte man vielleicht an der Kluft oder so benutzen. Irgendwo, wo man Licht braucht. Noch? Die Fackel, wie brauchen wir erstmal Licht? Oder was die entzündet zum Beispiel?